Halli Hallöchen und Herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Ghost of Tsushima. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Tanz des Zorns, glaube ich, hieß der, ähm, naja, erlernt. Und jetzt wollen wir uns an die nächste Rüst... Ja, komm ich... Ja, genau, dit wollen wir jetzt auch machen, nachdem wie ich erstmal geguckt hab. Ja, bestimmt. Ähm, ja, wir setzen uns einfach mal mit dazu und hören uns die Geschichte an. Ja, wir setzen uns einfach mal mit dazu. Ja, wir setzen uns einfach mal neben euch an euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sieht voll... Doch, das ist ein Typ, der tot ist. Zum Teufel sind wir hier. Das sieht voll tot aus. Das waren Vorräte. Ich habe keine Lust zu kämpfen jetzt. Ja, lass ihn. Wir reiten hier einfach mal durch. Ich weiß nicht, wo... Wo Wasser anfängt. Und... Okay, hier fängt Wasser wohl an. Das sieht doch ziemlich tot aus. Sind die noch hinter mir her. Ja, sie hocken da, ne? Sie hocken und gucken, was ich mache. Und, naja. Küste der Ertrunkenen. Komm ich da irgendwie rüber oder muss ich schwimmen? Tag. Die reagieren gar nicht auf mich. Ich bin denen völlig egal. Okay, jetzt müssen wir langsam rüber. Entschuldigung, Sora. Oh Gott, das sieht aber nach einem weiten Schwimmweg aus. Okay, das war vielleicht ein bisschen übermütig. Die Küste sah so nahe aus. Jetzt sind wir aber schon so weit unterwegs jetzt. Ist es hoffentlich... Kommen wir noch vorwärts? Da hätten wir einfach reiten können, ne? Guck mal, das sind sogar noch irgendwelche Flaggen oder Drachen. Naja, solange die Zahl... Okay, wir hätten... Oh Gott. Oh Gott. Warum macht denn der das jetzt? Ich versuche ein bisschen da jetzt zu der Flagge zu kommen. Ja, das habe ich mir jetzt an. Das sah alles näher aus, ehrlich gesagt. Jetzt gehe ich hier voll unter. Machen wir uns auch ein bisschen... auf dem Weg zu dieser Flagge da vorne. Damit habe ich jetzt nicht... Das sah so aus, so... Ach ja, da kannst du ja schnell mal rüberschwimmen, aber... Das ist schon ein bisschen weiter. Aber wir sind wieder am Land. Alles gut. Alles gut, wir sind wieder am Land. Wenn ich mich gerade frage, was das hier vorne ist. Hä? Ich weiß nicht, was abgeht. Duell im ertränkten Sumpf. Entschuldigung, das muss ich jetzt aber mal machen. Hey. Ich liebe diese Duelle. Da muss ich jetzt aber mal ganz kurz... Ich mag nämlich diese Duelle, deswegen... Ja, warum du kannst gehen, Junge? Haben wir jetzt irgendetwas anderes zufällig getriggert? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm schon. Oh, knapp. Alter, finde, der war, der war, der war, der war, der war, der war, der war aber hart. Oh, der war knapp. Oh, der hat uns einfach gar nichts an EXP gegeben. Oh, der war, der war, der war, der war, der war Ninja City. ist, warum? Lass uns das doch einfach mal machen. Weil es ist so ziemlich das nutzloseste, die Haikus, aber okay. Huh. Warum bin ich denn da hingeschwommen? Alter. Über Ungewissheit sinieren. Ja, das war jetzt gerade ungewiss, worauf wir uns da einlassen. Ich finde diese Haikus, naja. Wir random das einfach mal. Ich habe da nicht die Intelligenz zu. Er liest es nachher vor, also sei es gut. So, keiner weiß, was es wird. Nur wir. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Wir kriegen dafür nur ein Stirnband und das ist mir eigentlich so so Banane, dieses Stirnband. Also wirklich, das ist mir völlig Banane, dieses Stirnband. Schön, dass es das gibt, aber wir brauchen es nicht unbedingt. So, da müssen wir jetzt den Schlüssel finden und das Gehöft befreien. Rettet vier Geiseln, töte Gegner mit Halluzinationspfeilen. Das kriegen wir doch hin. Oder auch nicht. Das schien nicht angekommen zu sein. Der hat sich genau gebückt, der Pisser. Ich kann da nichts gegen machen. Ehrlich. Was denn? Komm, töte ihn. Ist mir scheißegal. Mach einfach. Ehrlich. Ist mir jetzt gerade voll wurscht. Ehrlich, weil der hat sich genau in dem tausendstel Sekunde hat er sich kurz gebückt. Wir wollen ihm den Kopfschuss geben. Er, gut. Genau in der tausendstel Sekunde geht er runter. Und warum hat dieser Pfeil nicht funktioniert? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Eigentlich hätte der funktionieren sollen. Aber gut, es ist vielleicht ein anderes Spiel als was wir vorher gespielt haben. Ich weiß es nicht. Diese blöden Geiselretten-Scheiß ist er sowieso. Ich weiß es nicht. Vielen Dank. Ich habe Kreis gedrückt übrigens, aber... Kreis funktioniert bei den Hunden nicht sehr gut. Aber es gibt Raubtierfell. Ich hasse es, Geisern zu retten. Oh Gott, das wäre aber eine ganz schöne Bauer. Also, uh, hätte ich gewusst, dass das so ein... Ist das der beste Tag? Naja, wir haben ein paar mit Pfeil und Bogen getötet. Das ist auch wichtig. Auf jeden Fall haben wir jetzt echt was zu tun. Also, nur noch die ganzen Bauernhöfe hier irgendwie befreien. Machst, machst, machst. Scheiße, 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 scheiße. Ist ja nicht so, dass ich da... Ich hab vier Pfeile reingeschossen. Hab niemanden getroffen. Da stehen vier Leute, vier Pfeile und null Treffer. Fick dich, Vergewaltigungsbitch, ey. Ehrlich. Oh, Mann. Rette die Geiseln. Die Geiseln sind doof. Oh, ich hasse dieses Geiselretten-Penis-Kerk, ey. Das ist gar nicht meins. Mann, ich will rauf und droht und tot. Wir sollen uns doch nicht anschleichen. Aber wir müssen uns beim Geiseln anschleichen. Ja, ja. Kopfschlüsse interessieren auch hier in diesem Spiel gar nicht. Also manchmal wundere ich mich über dieses Spiel. Wirklich. 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 Wir. Wir. Wirklich. 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 Apropos Apropos Metall, Holz und so'n Scheiß Ja, ich suche den Fallensteller Fallen Ach da Nee, du nicht, du egal Viel wichtiger Nichts Neues dafür Kann ich die eigentlich wieder herstellen? Wenn ich hier Leine, Leder, Pfeile Pfeile haben wir Voll, 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 voll Voll, 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 voll Ah nee Ein Rauchbobel können wir denn ja kaufen Ich meine für 15 Vorräte Das geht schon Kriegen wir Vorräte dafür? Komm hier, wenn wir jetzt Bambus verkaufen Kriegen wir einen Haufen Vorräte Sind wir mal ehrlich? So viel Bambus brauchen wir gar nicht Weil wir pro Bambus jetzt Vorrat bekommen Das wäre vielleicht gar nicht mal so doof Bambus finden wir relativ überall Gut, Eisen lasse ich mal Leine Das Holz Guck mal hier, wie viel das Holz wert ist Und wir machen ja gar nicht mehr so viel eigentlich mit unserem Bogen Ich aber auch Oder Leine hier Gut, da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie viel wir da Wir finden es ja immer Stahl ist jetzt Schwarzpulverbomben und das Ganze lasse ich mal Aber wir haben jetzt 1800 Dings da bekommen Das ist eigentlich ganz nice Weil wir jetzt nämlich wieder Verbessern können und alles Okay, okay Habe ich noch nie gesehen, dass wir auch verkaufen konnten Ehrlich gesagt Aber wie gesagt Morgen machen wir die Bauernhöfe weiter Und suchen nach dem Kram Und hier ist wieder Holz Zack Und das kannst du schneller zusammenfinden Als Vorräte, finde ich Er morde einen Gegner von oben Naja, das ist ja gar kein Problem eigentlich Das ist ja eigentlich kein Problem Da kriegen wir den Bonus auf jeden Fall Wir sollen die Geiseln wieder retten Aber den Bauernhof machen wir dann morgen Dann werden wir morgen erstmal alle Bauernhöfe befreien Und dann weiter diese Rüstung suchen Und Weiß ich nicht Hier unten eigentlich noch ein bisschen Hier sind ja noch so viele Nebenaufgaben Na gut, wir können das machen Da haben wir sonst auch noch einen Bauernhof Da können wir auch noch was befreien Zerstöre die Werft Können wir auch noch machen Wir müssen ja nicht immer nur alles hier oben machen Und dann gibt es ja hier oben auch noch was Wir haben sehr viel zu tun Sehr, sehr, sehr viel Aber das kriegen wir hin Ich verabschiede mich jetzt erstmal Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Also wie gesagt Morgen Morgen machen wir auch den Livestream Gehe ich mal ganz stark von aus Das schaffen wir, oder? Das kriegen wir hin Auch wenn es warm ist Vielleicht ja nicht bis 21 Uhr Aber mal schauen wie Wie warm es wirklich wird Heute hat es sogar mal geregnet Mal schauen Wir haben trotzdem 30 Grad Okay Ich bin raus Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen und ciao Tschüss Auf Wiedersehen und ciao Tschüss Wir sind jetzt Tschüss